Willkommen zurück zu The Division, mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Guide. Heute wird es um das Firecrest Set gehen, das ist eines der Sets, die ich mit am liebsten spiele. Es ist nicht das einzige, da gibt es noch ein, zwei mehr, aber ich habe mir gedacht, ich fange mal mit dem Firecrest Set an, weil es einfach ein Set ist, das sehr flexibel ist, das funktioniert sehr gut für Solo-Spieler und es funktioniert aber auch sehr gut in der Gruppe. Ich werde euch mein Equipment zeigen, das ist bei Weitem nicht God Roll, das heißt das Ganze ist noch Work in Progress. Ich werde an der einen oder anderen Stelle noch was verändern und das ist auch gar nicht so schlecht, dass ich euch das in diesem Zustand zeigen kann, denn dann kann ich euch erklären, wo ich es verändere und warum ich es verändern werde. Wie ihr sehen könnt, ich trage vier Teile Firecrest und zwei orangene Teile. Was das für Teile sind und wo da der Sinn ist, da komme ich noch drauf. Jetzt fangen wir erstmal an bei den Waffen. Ich trage hier zum einen ein Präzisionsgewehr und zwar die Socom MK20 SSR. Finde ich ein ganz gutes Präzisionsgewehr, ist halbautomatisch. Dann trage ich hier die M60 E6, ist ein leichtes Maschinengewehr, ist auch eine klasse Waffe, bietet viel Damage Output bei sehr guter Stabilität. Einziges Manko, die Schussfrequenz ist jetzt nicht so hoch. Zu den Waffen wird es nochmal spezielle Guides geben und da gehe ich dann natürlich auf die Waffen entsprechend ein und zeige euch auch, was für Mods Sinn machen oder was für Werte Sinn machen auf den Waffen. Meine Zähigkeit ist im Moment 230.790. Das könnte etwas höher sein, denn wie gesagt, meine Rüstungswerte, die man ja hier beim Equipment unten sehen kann, neben der Brust, neben der Maske, neben den Knieschulern und so weiter, sind noch bei Weitem nicht optimal. Da könnte man also wirklich noch das ein oder andere rausholen. Dann gibt es eine zweite Sache. Ich habe hier auf dem Rucksack eine Mod, die hat Ausdauer und Rüstung drauf. Liegt einfach daran, dass ich bei dem Ausdauerwert auf jeden Fall die 3098 knacken wollte. Leider ist es so, dass bei meinem Equipment ein ganz kleines bisschen zu wenig Ausdauer drauf ist und deswegen musste ich eben diesen Kompromiss eingehen mit dem Ausdauer-Mod. Zu den Mods komme ich aber gleich nochmal im Speziellen. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, guck mal rein in den Charakter und schauen, was ich da für Werte habe, was zum Beispiel die Rüstung angeht. Ich bin jetzt bei den Charakterwerten runtergescrollt bis zum Punkt Überlebensfähigkeit und hier sieht man nochmal die Zähigkeit von 230.790. Dann haben wir hier die maximalen Lebenspunkte sind 98.310 und wir haben die Rüstung von 11.065. Das ist bei weitem nicht perfekt. Da könnte man noch etliches an Punkten rausholen über das Equipment, also über das Rollen von Rüstung oder eben auf die Basiswerte der Rüstung vom Equipment. Ich komme hier auf eine Dämpfung von 57,4%. Das ist nicht allzu hoch, aber ich werde euch dann gleich zeigen, wie man diese Rüstung ganz locker über 60% pushen kann. Jetzt geht es weiter mit dem Equipment. Kommen wir also hier zur Brust und zwar haben wir hier die Brust mit Schusswaffen draufgerollt. Bietet mir 1181 zusätzliche Rüstung. Bedauerlicherweise ist es bei der Brust so, dass hier exotische Schadensminderung drauf ist. Bräuchte ich als DD nicht unbedingt, da wäre mir Elite-Schaden lieber. Ist jetzt in dem Fall so, da warte ich, bis ich eine bessere Brust bekomme und dann werde ich mir da auf jeden Fall mit den Elite-Schaden gönnen, denn Elite-Schaden ist ein sehr, sehr starker Stat, den kann ich euch sehr empfehlen. Dann ist hier das geringe Attribut bedauerlicherweise extra Tötungs-EP. Da wäre mir beispielsweise Munitionskapazität lieber. Gucken wir also weiter, gehen wir zur Maske. Hier habe ich die Maske, auch Schusswaffen draufgerollt und hier sind 8% Schaden gegen Elite drin. Das ist hervorragend geringes Attribut. Wäre mir hier auch eins lieber, vielleicht Rüstungsschaden oder dergleichen und bei dem Fertigkeiten-Attribut, da sind es Geschützwirkzeit. Das bedeutet letzten Endes, das ist die Zeit, die euer Geschütz steht, ohne von euch oder von den Gegnern zerstört zu werden. Gucken wir weiter. Und hier haben wir dann die Knieschoner. Hier bei den Knieschonern ist Leben drauf. Da habe ich 995 Ausdauer also. Ich habe Rüstung draufgerollt und wir haben hier verschwommene Sichtwiderstand, Widerstand gegen blutende Wunden. Das ist soweit ganz okay. Was mir sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist die 11% gegnerischer Rüstungsschaden und ihr solltet auch darauf achten, dass bei eurem Equipment immer gegnerischer Rüstungsschaden bei den geringeren Attributen drauf ist, denn es ist eine ganz, ganz hervorragende Sache, die ihr da bekommen könnt. Zum einen Elite-Schaden ist wichtig, Rüstungsschaden ist wichtig und Kopfschussschaden ist wichtig. Jetzt habe ich hier bei den Fertigkeiten-Attribut unglücklicherweise 2,5% Suramin-Explosionsradius. Wäre mir was anderes natürlich lieber. Ist in dem Fall so. Kann ich nichts machen. Wenn ich Firecrest Knieschoner bekomme, jetzt hier aus dem Update 1.4, dann ist da ja ein Modplatz frei und da werde ich dann auf jeden Fall einen Mod reinmachen, der dafür sorgt, dass mein Geschütz länger lebt. Gehen wir weiter zum Rucksack. Nee, gehen wir erstmal zum Handschuh, denn zu den orangenen Teilen werde ich gleich noch speziell kommen. Hier haben wir Handschuhe, ist auch Schusswaffen drauf. Wir haben hier LMG-Schaden drauf. Ist eine ganz wichtige Sache, bringt mehr als wie zum Beispiel Crit-Schaden oder Crit-Chance. Dann haben wir hier Lebenspunkte bei Tötung, finde ich auch eine gute Sache, bietet mir 4%. Ist soweit ganz okay. Erzeugt zwar keinen zusätzlichen Schaden, aber sorgt einfach dafür, dass ich ein kleines bisschen länger überlebe. Dann haben wir hier nochmal 8% Schaden gegen Elite. Auch hier ist es so, was bei den Fertigkeiten-Attribut bedauerlicherweise plus 2% Befestigungsschadenssteigerung drauf ist. Da wäre mir natürlich auch wieder was lieber, was meinem Geschütz dient. Jetzt machen wir aber mal weiter mit den beiden orangenen Teilen, die ich trage. Und ich fange hier an mit dem Rucksack. Der Grund, warum ich diesen Rucksack trage, ist dieses Talent spezialisiert. Zuvor gucken wir ganz kurz nochmal hier auf die Werte. Hier habe ich nochmal Schusswaffen draufgerollt. Und ich habe hier ein geringes Attribut von Widerstand gegen blutende Wunden. Hätte ich natürlich ganz gern was anderes. Zu den Mods komme ich gleich noch. Dieses Talent spezialisiert ist ein ganz, ganz, ganz hervorragendes Talent. Gerade für Leute, die auf Elektronik angewiesen sind. Wie zum Beispiel der Firecrest-Spieler, der braucht ja Elektronik für sein Geschütz. Und wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach, es wird Schusswaffen genommen, es wird Ausdauer genommen, zusammengerechnet. Bei mir wäre das also grob 9500 und ein paar Gequetschte. Dieser Wert wird verdoppelt und auf die Fertigkeitenstärke oben drauf gerechnet. Das bedeutet, auch wenn ich einen relativ niedrigen Elektronikwert habe, habe ich dennoch einen gesteigerten Wert an Fertigkeitenstärke. Und das kommt natürlich meinem Geschütz zugute. Gucken wir mal hier ins Holster rein. Hier haben wir das Talent stabil. Da komme ich gleich noch drauf und ich werde es euch auch zeigen, was das bringt. Wir haben hier Schusswaffen auf dem Holster drauf. Das ist der stärkste Wert. Und wir haben hier Rüstung drauf. Da habe ich Rüstung draufgerollt. Und jetzt werde ich zu dem Wert stabil kommen, denn das bietet mir in der Deckung plus 15% Rüstung. Und das Ganze nach 4 Sekunden, das funktioniert wie folgt. Ich gehe mal hier zu einer Deckung hin, packe mich da rein, rufe mal das Inventar auf. Und ihr seht, jetzt ist es umgesprungen von der Zähigkeit von 230.000, ist es umgesprungen auf eine Zähigkeit von 289.261. Wenn ich jetzt hier die Charakterwerte aufrufe, scrolle ich mal nach unten. Und zwar zum Punkt Überleben. Und wenn ich jetzt hier auf die Rüstung schaue, dann habe ich eine Dämpfung von 66,1%. Das ist eine ganz, ganz hervorragende Sache, denn der Division, wie ihr wisst, ist ja ein Deckungsshooter. Und man befindet sich eigentlich immer in der Deckung. Entweder so wie ich jetzt hier im Moment hinter so einem Block oder irgendwo hier an so einem Auto oder sonst wo. Also eigentlich sollte man sich immer in Deckung befinden und deswegen funktioniert es auch ganz gut. Es gibt noch ein weiteres Teil, was man anziehen könnte. Das ist eine Brust, die ist hier unten und die bietet das Talent robust. Da bekomme ich 10% mehr Rüstung. Werde ich also in absehbarer Zeit ändern, wenn meine Werte hier oben bei Schusswaffenausdauer etwas besser sind. Denn mir ist es natürlich lieber die 10% mitzunehmen und die sofort als die 15% nach 4 Sekunden. Aber da muss auch nochmal ein bisschen was bei mir grundsätzlich an der Rüstung passieren. Gut, jetzt würde ich aber mit euch direkt mal reinschauen in die Mods, die ich drauf habe. Im Grunde ist es so, egal wo, habe ich überall Schusswaffenrüstung drauf. Egal ob bei der Brust, bei der Maske habe ich auch Schusswaffenrüstung drauf. Oder bei den Knien habe ich auch Schusswaffenrüstung drauf. Nur beim Rucksack ist es so, dass ich wie gesagt bedauerlicherweise Ausdauer benutzen musste, weil mir hier um ein paar Punkte die Ausdauer gefehlt hat, um auf 3100 zu kommen. Was habe ich hier ansonsten an Leistungsmods drin? Ich habe hier einmal plus 7% Geschützlebensdauer und noch einmal plus 7,5% Geschützlebensdauer. Die beiden würde ich gerne austauschen gegen Wirkzeit. Und warum das so ist, das werde ich euch gleich erklären. Wir gucken hier nochmal kurz ins Holster. Hier habe ich drin Geschützschaden. Und Geschützschaden ist eigentlich nicht nötig, denn Geschützschaden pusht zwar ein kleines bisschen das Geschütz, aber das Geschütz macht auch nicht so viel Schaden, dass ich sagen würde, hey, das lohnt sich ganz krass, wenn ihr hier auf Geschützschaden geht. Auch hier hätte ich ganz gern, dass die Wirkzeit eben verlängert ist, denn das Geschütz soll möglichst lange stehen. Wie geht man also mit dem Geschütz um? Ganz einfach, die meisten werden wohl hier irgendwo das Geschütz hinpacken oder was weiß ich, vielleicht noch irgendwo auf ein Auto drauf oder hier eben auf so einen Bretonblock hier oben drauf oder so. Das ist aber gar nicht so optimal, denn was passiert, wenn ihr gegen dicke Gegner kämpft, die marschieren dorthin, klettern hier hoch und treten euch das Geschütz kaputt. Und wenn ihr also irgendwo am Fighten seid, ich sag mal, ich wäre jetzt hier am Fighten, von da kommen die Gegner und ich will mich nach hier schützen oder auch meine Teammates schützen, dann packe ich das Geschütz hier oben drauf. Und hier oben macht das Geschütz seinen Job, nach vorne hin, über den LKW drüber, hier in den Gang rein. Das macht also das, was das Geschütz machen soll. Und vor allem ist es so, das Geschütz wird nicht so einfach zerstört durch irgendwelche Typen, die hingehen und kaputt treten. Es wird auch relativ wenig drauf geschossen, denn die Gegner schießen dann doch lieber auf euch als auf das Geschütz. Und wenn jemand von dem Geschütz eben unter Feuer genommen wird, dann ist es eben auch so, dass das Geschütz geschützt ist, denn jemand, der brennt, der macht keinen Schaden. Im Gegenteil, ich mache an diesem Gegner entsprechend 15% mehr Schaden. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr viel Solo unterwegs seid, dann könnte man auch drüber nachdenken und könnte zum Beispiel hier den Rucksack und das Holster ersetzen durch Nomade. Denn Nomade bietet euch bei jedem Kill nochmal plus 15% Lebenspunkte. Und das ist schon eine recht ordentliche Sache, besonders wenn ihr euer Equipment darauf ausgelegt habt, beim Kill dann nochmal Lebenspunkte zu bekommen. Wie zum Beispiel hier bei mir in den Handschuhen eben nochmal diese 4% Lebenspunkte bei Tötung. Das wären dann schon zusammen 19%. Und wenn man eben sagt, okay, man ist den größten Teil alleine unterwegs, dann schaut man eben, dass man viel an Lebenspunkte bei Tötung rausholt. Und dann steht man auch wirklich ganz gut da, dass die Fertigkeitenstärke dadurch dann natürlich fällt, ist klar. Das macht aber nichts. Das Geschütz funktioniert nach wie vor sehr gut, wenn ihr das eben an Stellen positioniert, die eben von den Gegnern nicht so einfach zu erreichen sind. Jetzt hoffe ich mal, dass euch der Guide gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen hinterlassen. Ich habe versucht, euch so ausführlich wie möglich über das Firecrest-Set zu informieren. Sollten dennoch Fragen offen sein, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten gibt es gleich am Ende des Videos nochmal zwei Tipps zu Videos, die euch interessieren könnten. Und dann würde ich sagen, bis demnächst hier in The Division. Euer Latan. Bis zum nächsten Mal.